Neukölln ist für seine Integrationsprobleme bekannt. Deutsche wollen sich nicht in die vielschichtige Kultur integrieren. Homopathik hat dieses Problem schon lange erkannt. Wir schlagen deshalb vor, Deutsche in ihre Kolonien nach Prenzlauer Berg und Charlottenburg umzusiedeln. Neukölln soll 17. Autonomes Bundesland werden und seine Kultur frei entfalten können. Steh ein für deine Kultur! Ich wähle Homopathik. Homopathik für alle! Möbeln ist für die Kultur! Möbeln soll sich die Kultur! Möbeln soll sich die Kultur! Vielen Dank.